Wir haben Gesetzbücher und Verordnungen, wir haben Gefängnisse und Festungen, wir haben Gefängnisswärter und Richter, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind, ja, und du denn? Glauben wir, dass wir sie damit kleinkriegen? Hier, wir versperren uns, das wird bald sein werden, wir gemerkt haben, wir haben Zeitungen und Druckereien, um sie zu bekämpfen und mundtot zu machen, unsere Staatsmann erzählen wir nicht, wir haben Pfaffen und Professoren, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind, ja, wozu denn? Müssen wir denn die Wahrheit so fürchten? Wir verschwinden und das wird bald sein werden, wir gemerkt haben, Lass uns, das alles nichts mehr nützt, lass uns, das alles nichts mehr nützt, wir haben Tanks und Kanonen, Polizisten und Soldaten, ja, wozu denn? Haben wir denn so mächtige Feinde? Wir glauben, dass es doch ein Allzeit ist, der uns die stürzenden schützt, Eines Tages, und das wird bald sein werden, wir sehen, dass uns alles nichts mehr nützt, und dann können wir noch zu Urlaub halt, schreien, weil uns weder Geld noch kann ohne mehr Schatz. Und dann können wir noch zu Urlaub halt, schreien, weil uns weder Geld noch kann ohne mehr Schatz. Applaus